Was macht unsere Stadt von morgen aus? Das fragen wir Sie. Wir Studierende der Martin-Luther-Universität suchen gemeinsam mit Ihnen nach einer zukunftsfähigen Vision für Halle-Neustadt. Klimaneutral, vernetzt, integriert. Durch Ihre Anregungen erdenken wir zusammen ein neues Neustadt. Wir sehen uns! Am Tulpenbrunnen 4 in Halle-Neustadt und im Internet unter halle.neu.stadt-2050.de